Also finde ich absolut beeindruckend, dass er das so angenommen hat und dass er so viel Spaß daran hat. Er sprüht ja vor Energie. Also wenn ich das gesehen habe, wie er das erzählt, er strahlt alle an. Man sieht richtig, dass ihm das richtig Spaß macht. Und ich finde das einfach beeindruckend, diesen Willen zu haben. Und ich glaube, genau da liegt, so wie er selber das auch sagt. Und genau das ist der Knackpunkt, der Kopf. Der Geist ist willig und dann schafft er es auch. Er wird das schaffen. Davon bin ich völlig überzeugt. Und genau da hole ich persönlich für mich auch wieder einfach Kraft und Energie her, um zu sehen, dass Menschen genauso denken, dass Menschen genauso ihre Ziele verwirklichen und erreichen. Und das finde ich beeindruckend. Also er ist wirklich, wirklich, wirklich das Manier aus tiefsten Herzen. Und daran halte ich mich auch, daran ziehe ich mich hoch. Und so möchte ich mein Leben auch weiterleben.